Hallo, ich bin der Richard. Wir reden heute etwas über Virtualisierung. Ganz kurz zu mir. Ich bin Co-Founder von der Sigma Star GmbH und mache sehr viele Linux-Entwicklungen im Kernblatt. Ich bin auch von diversen Subsystemen-Maintainer und beschäftige mich auch viel mit Virtualisierung. Und darum heute so eine Safari durch den Virtualisierung-Dschungel. Ich werde jetzt nicht über irgendwelche tollen Produkte sprechen, sondern mehr über die Technologien, dass man so weiß, was für eine Docker oder was macht denn die tolle VMware, was macht eine Virtualbox, also mehr so die Low-Level-Building-Blocks. Und wenn es Fragen gibt, bitte einfach fragen. Eigentlich war dieser Vortrag früher immer gedacht als Workshop. Heute habe ich ihn als Vortrag. Aber wir werden ja sehen, was rauskommt. Zuerst mal eine kurze Frage in die Runde. Wer kann dir sagen, was Virtualisierung ist? Niemand. Also ganz grob. Eine emulierte Haare. Ja. Was ist dann eine Virtual-Lab-Maschine? Das ist dann ein Betriebssystem, das auf emulierter Haare läuft. Und was ist dann ein Virtual-Lab-Betriebssystem? Ein Virtual-Lab-Betriebssystem. Ich stelle diese drei Fragen darum immer, weil jeder stellt sich unter Virtualisierung etwas anderes vor. Man hat immer irgendwie einen virtuellen Computer, ein Betriebssystem, aber noch ein anderes. Und es ist alles sehr schwammig definiert oder gar nicht. Also Virtualisierung ist meistens, wenn ich etwas nachbilde. Eine virtuelle Maschine, wie du gesagt hast, ich bilde eine andere Haare nach oder eine Plattform. Oder ein virtuelles Betriebssystem, wenn ich auf einem anderen Betriebssystem ein zweites nachbilde. Wie auch immer. Aber wir werden da mehr Beispiele sehen. Ich habe nur so einen Denkanstoß. Die Definition ist schwammig. Also, wir fangen jetzt nochmal an mit ein paar Technologien. Zum Beispiel mit dem Emulator. Der gute alte Emulator bildet etwas nach, also er emuliert uns etwas. Das kann ja sein, einen Prozessor emulieren. Eine gesamte Plattform. Also Plattform wäre der Computer. Weil Plattform ist der Prozessor plus Peripherie, was man braucht. Also ist auch eher schwammig. Oder wir emulieren ein Betriebssystem. Da nachher von einem Emulator ist, ist es meistens langsam. Weil ich muss ja das andere, also nachbilde, komplett in Software nachbilden. Zum Beispiel, wenn ich einen ARM-Prozessor auf der Intel-Plattform emuliere, dann muss ich mit dem Intel-Befehlschatz die ARM-Befehle nachbilden. Dann hat man, if Befehle so und so, dann macht dieses her. Kann man sich ja vorstellen, das ist nicht so schnell. Haben wir hier gleich den ersten Vertreter, den Boss. Also jetzt gehen wir in den Dschungel rein, was er setiert, dass wir sehen, ist der Boss. Der ist schon relativ alt. Aber doch hat noch seine Daseinsberechtigung. Der Boss, oder man sagt Box oder Box. Egal. Der Boss emuliert eine innere Plattform komplett in Software. Das heißt, nicht nur den Prozessor, sondern einen kompletten IBM-kompatiblen PC. Das heißt, man kann Box auf seinen Lieblings-Mips-Computer starten, wenn man ihn zum Bauen bekommt. Und dann darin einen Intel-PC booten. Der ist, wie ich schon gesagt habe, relativ alt. Und man hat ihn primär zur Betriebssystem-Entwicklung. Das heißt, wenn man sagt, ok, Linux und Windows und BSD, alles doof. Ich kann es besser. Dann schreibe ich mir selbst einen Kernel. Natürlich macht man das von Grund aus falsch. Dann geht es genau gar nicht. Und dann will man herausfinden, warum geht er nicht. Wenn ich jetzt meinen tollen Kernel auf meinen Laptop boote, bleibt das Display dunkel. Ich sehe genau gar nichts. Beim Box kann ich mit Hilfe von Debugging mir den internen State ausgeben lassen. Dann sagt der Box, ja, dein Instruktionszeiger, der zeigt hier hin, das kann nicht gehen. Oder wir hatten in der Memory-Management-Unit einen Triple-Fault, kann nicht gehen. Also ich kann mir wirklich den internen State auslesen, was ich aus der Hardware nicht bekomme. Außer man arbeitet für Intel und hat die spezielle Intel-Hardware mit Hardware-Debugger. Aber wir sind ja alles normalstaubliche Menschen. Und da hilft nun Box. Dann gibt es den QEMU, der heißt Quick Emulator. Also QEMU ist so diese eierlegende Wollmilchsau. Eigentlich kann ich sagen, er ist ein Nachfolger von Box, aber hat extrem viel mehr Features und er wird aktuell für alles missbraucht, was man sich nicht mehr denken kann im Bereich Virtualisierung. Also wir kommen dann später noch mehrmals auf QEMU zu sprechen, weil er dort als Building-Proch gilt. Es geht beim QEMU zu unterscheiden zwei fundamentale Predipsmodi. Einmal den QEMU System und einmal den QEMU User oder einfach nur QEMU genannt. QEMU System emuliert uns eine komplette Plattform. Zum Beispiel kann ich auf meinem Intel-Laptop einen Power-PC nachbilden oder eine Hips-Maschine oder was ich gerade will. Oder mit dem normalen QEMU User kann ich einen anderen Linux-User-Space nachbilden. Das heißt jetzt, wenn ich ein Linux-Binary habe, das gebaut worden ist für Linux-Arm, kann ich das mit Hilfe von QEMU User auf mein Linux-Intel-PC ausführen. Das ist ein sehr, sehr lustiger Hack, aber es geht erschreckend gut. Im Grunde läuft es dann so, dass der QEMU User die System-Calls unterdrückt und für die jeweilige Plattform anpasst. Also, ja. Also nochmal zurück zum QEMU System. Wie wir es gesagt haben, er emuliert uns eine komplette Plattform plus jede Art von Peripherie. Wenn man reinschaut in die QEMU Mainpage, man kann nachbilden, ATA-Festplatten, Touchscreens, Flashspeicher, Parallelboards, eigentlich alles. Also es gibt kaum etwas, das man da nicht nachbildet hat. Ein kurzes Beispiel. Wenn ich nun lustig bin und sage, okay, ich habe hier ein Disk-Image, das kommt von einem Power-PC. Dann sage ich ein QEMU bitte, emuliere mir einen 64-Bit Power-PC mit einem Model P-Series und einem CPU und einem Power-8. Das geht. Ist dann eher langsam, wenn man es auf der Intel-Plattform ausführt, weil Power-PC ist Big-Endian und Intel Little-Endian, dann wird sehr viel Rechenseite verbracht, die Bytes zu drehen. Little-Endian und Big-Endian ist eben klar. Wer kann es mit mir erklären? Ich kann auch an, wie man beim Datenwort liest, von links oder von rechts. Big-Endian heißt es daher, das kommt aus Gullivars Reisen, gibt es ja diesen Kampf zwischen den Little- und den Big-Endians, also den Leliputanern, die sich auch darum streiten, ob man nun das Frühstücksei vom großen Ende oder vom kleinen Ende zuerst aufschlägt. Darum Big und Little. Jo, nun, der QEMU User Immolation habe ich auch schon gesagt. Man kann auf einem Lelungssystem eine andere Lelungsplatform nachbilden. Im Use-Case, man ladet sich von seinem Smartphone beiniges runter, indem man dann auch sein Intel-Laptop mal starten will und schaut, was passiert. Verwendet man aktuell auch für Container, also es gibt inzwischen Docker-Images, die haben drinnen nämlich ARM-Binaries, die man dann aber auf seinen Intel-Host ausführen kann. Dann kommen wir zum nächsten Emulator, der ist relativ unbekannt. Es ist der LIP-CPU, also ist eine Library und die emuliert nur CPUs. Der Use-Case in Malga-Analyse, weil wenn man nun im Word-File, das man bei E-Mail bekommt von DHL oder Post, man reinschaut und darin finden sich irgendwelche klingonischen Zeichen, dann soll man die eher nicht ausführen. Aber man will ja doch wissen, was machen diese BIP-Befehle. Man kann mit Hilfe der LIP-CPU die Instruktionen der Reihe noch durchlaufen lassen und sich dann diesen internal State vom Intel-PC anzeigen lassen. Zum Beispiel, was schreiben die im Speicher oder wie ändern sich die selbst? Im Use-Case-Malga-Analyse. Leider ist das Projekt etwas eingeschlafen, aber ist Open-Source und man kann es von GitHub herunterladen. Das nächste Bierchen, Dados-Emo. Jetzt sind wir schon im Bereich des virtuellen Betriebssystems. Dados-Emo emuliert DOS. Also Haupt-Use-Case-U4D unter Linux. Ist im Grunde ein Programm, was von der Intel-CPU diesen VM86-Modus nützt. Das ist einfach so. Intel hat ja mal ihren Prozessor, den 1886, dann externischen für externischen drangebaut. Aber im Kern ist immer noch dieser uralte Prozessor und man kann immer noch diese alten Befehle verwenden und gibt ihm dafür einen eigenen Betriebsmodus, dass man z.B. unter Linux DOS-Programme abbrotten kann. Und der DOS-Emo emuliert das gesamte Environment, was sich ein DOS-Programm von DOS erwartet. Also es tut so, als ob das Linux ein DOS wäre. Das macht die abtrusten Memory-Maptings, dass dieser ganze virtuelle Adressraum so aussieht wie unter DOS damals, unter Stack. Und ja, geht auch sehr gut, eben Duke 3D läuft, mehr braucht man nicht. Dann gibt es fast keine Emulatoren, Vine. Der Name sagt schon, Vine ist kein Emulator, aber der emuliert uns im Grunde ein Betriebssystem. Und zwar folgendermassen, indem das gesamte Windows-API wird implementiert für Unix. Das heisst, wenn ich nun eine Windows-Exe nehme und bei mir ein Laptop starte, sind ja die Assembler-Befehle genau die gleichen. Die sind ja für Intel, aber das Betriebssystem API ist nicht Linux, sondern Windows. Also noch Vine folgendes, es schaut, wann versucht eine Exe eine System-Call zu machen und tut dann so, als ob es Windows wäre. Und die haben also das Windows-API relativ gut nachgebildet. Mit etwas wie den Basteln und Bauchweh bekommt man auch Office zum Laufen. Oder jetzt, das war es eh in den Nachrichten, jetzt kann man ja Linux-Programme unter Windows ausführen. Das ist genau das gleiche wie Vine, nur umgekehrt. Das hat es schon früher gegeben, vor 10 Jahren. Das hat es schon früher gegeben, vor 10 Jahren. Das hat es schon heißen Line. Line ist noch ein Emulator, das war Vine für Windows. Jetzt hat es Microsoft gemacht, das ist cool. Dann haben wir den User-Mode Linux. Das war eine der allerersten Virtualisierungen für Linux. Und zwar, dass man Linux unter Linux starten kann. Früher in LoL, Linux on Linux und der Name hat sich nicht gehalten. Der Linux-Körner besteht ja im Grunde aus zwei großen Hälften. Einmal den generischen Code, Dateisysteme, Scheduler und Ähnliches. Und den Code für die jeweilige Architektur. Zum Beispiel, dass Linux läuft unter Intel auf PowerPC auf ARM. Und dann war die Idee, ja, eigentlich was Linux im User-Space alles anbietet, an APIs, reicht doch schon, dass der Kernel läuft. Weil wir brauchen etwas für Interrupts, wir brauchen etwas für Batch-Faults, wir brauchen etwas, um System-Calls festzustellen. Und dann kann man drauf, ja, wir haben ja Signale, die sind im Grunde Interrupts. Wir können den Batch-Fault erkennen mit einem Segmentation-Fault. Mit Hilfe von P-Trace haben wir Traps für System-Calls. Und so kann man dann den Kern quasi auf sich selbst portieren. Und so läuft dann Linux ein Prozess ohne Hutrechte. Eben, nur so am Rande, wie UML tickt. So, jetzt haben wir mal die ganzen Emulatoren gesehen. Gibt es soweit Fragen? Anmerkungen? Auch schön. Bitte. Das LibCPU für die Malware-Analyse. Wenn ich da was bekomme, ist es ja ein Windows-Bineway, was wahrscheinlich auch Windows-AP nutzt. Ich weiß nicht, ich habe mir Malware noch nicht angeschaut. Kann LibCPU das dann auch, oder sagt das dann, ja, jetzt fragt der Windows-Funktion, die kennt ihr aber nicht? Also die Frage war, kann die LibCPU auch die Windows-AP nachbilden? Nein, die LibCPU ist wirklich nur für den Intel oder für den übrigen Prozessor befehlssatz. Der Use-Case ist mehr so, wenn sich diese Malware selbst ins RAM entpackt und entschlüsselt und solche Dinge. Ah, alles klar, danke. Weil, wenn man jetzt sieht, dass diese Mailware eine Windows-AP auf ruft, dann kann man entweder das jetzt eine API-Call ignorieren oder man führt ihn in eine Sandbox aus und dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Das ist auch genau das, wo man immer an die Programme angreifen kann, wenn sie in eine Sandbox vergeigen. Weil die Sandbox sollte schnell sein, aber auch sicher. Ist das im Grunde ein Widerspruch in sich? Sonst noch Fragen? Gut. Nun kommen wir in den Bereich von den eher moderneren virtuellen Maschinen. Also die Dinge, die auch schnell sind und die wir einsetzen. Es gibt hier zwei Begriffe. Einmal diesen virtuellen Maschinenmonitor oder Hypervisor genannt. Und es ist genau das gleiche. Nur eine andere Bezeichnung. Bei einem Berichtsystem wird ja unterschieden zwischen dem normalen User-Mode und dem Supervisor-Mode. Also den Kernel-Mode. Wenn ich jetzt aber einen Kernel auf einer virtuellen Maschine betreibe, habe ich ja darüber die Software, die macht die Virtualisierung. Und die überwacht mir dann den Supervisor. Und ein Support wird Hyper, dann kommt der Hypervisor. Also im Grunde ist der Hypervisor nur ein Stück Software, dass man die Betriebssysteme oder die virtuellen Maschinen überwacht. Und daher auch, wenn man wissenschaftliche Papers liest, schreibt man meistens einen virtuellen Maschinenmonitor, weil der das monitort. Dann der nächste wichtige Begriff ist die Paravirtualisierung. Bei einer vollen Emulation hat der Gast, also das Programm oder das Stück Software, das ich in der virtuellen Maschine ausführe, keine Ahnung, dass es virtuell läuft. Es schaut alles aus wie für echte Haare. Es wird alles komplett emuliert. Bei der Paravirtualisierung weiß der Gast, dass er virtualisiert wird. Zum Beispiel bei einer virtuellen Maschine, die Zugriff haben will auf das Netzwerk, habe ich eine virtuelle Netzwerkkarte. Die Netzwerkkarte hat Memorik gemappten Speicher und Interrupts. Also bei jedem Datenmachet gibt es einen Interrupt. Dann muss der Treiber diese Datenmachet vom Speicher abholen, wieder ein neues zurücklegen, löst wieder einen Draft aus und so weiter. Das heißt aber, dass die Software, die man das virtualisiert, muss alles nachfühlen, Interrupts und dergleichen. Und das kostet sehr viel Zeit, weil wir haben viel Overhead. Bei der Paravirtualisierung weiß der Gast, er läuft virtuell und hat dann einen ganz eigenen Treiber, wo er weiß, okay, ich habe zwar eine Netzwerkkarte, aber ich brauche keine Interrupts. Ich weiß, ich muss einfach nur die Daten dorthin schieben und der Hypervisor macht den Rechts für mich. Beispiel, wenn man hat seine VMware Workstation oder seine VirtualBox, die Gasterweiterungen. Sobald man diese Gasterweiterungen installiert, wird alles schneller gehen. Weil dann hat man eine Paravirtualisierung und einem Gast ist geholfen. Oder bei KWM wird I.O. Also wird I.O. ist ein virtueller Bus zwischen Gast und Hypervisor, um Daten auszulösen. So, nun kommen wir zum ersten großen Tier, dem Elefanten. Nein. Xen. Die Grundidee von Xen ist, der Hypervisor ist so klein wie nur möglich, also ein Micro-Kernel. Der läuft dann wirklich direkt auf der Hardware und die einzelnen virtuellen Maschinen sind Prozesse. Und der Xen Hypervisor hat dann auch einen Scheduler, wo er dann zwischen diesen einzelnen Prozessen umschalten kann. Und eben das alles kann wie Prozesse und dann im Gast sitzen dann wieder Prozesse. Es gibt dann immer diese DOM 0 und DOM U. Also DOM 0 ist eine virtuelle Maschine, die den Hypervisor steuern darf. Im Sinne von, sie darf neue WMs anlegen, WMs stoppen und dergleichen. Und die DOM U sind die unprivilegierten. Die dürfen gar nichts. Die dürfen nur laufen. Nun ist aber so, Xen an sich sorgt nur fürs Nötigste. Also eher nur für den Prozessor und minimalen Plattformen. Wenn man zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, eine virtuelle Netzwerkkarte haben will oder eine virtuelle Festplatte, braucht man Hilfe. Also man braucht Peripherie und das kommt dann mit dem QEMO. Der QEMO hat dann nämlich einen neuen Drehungsmodus erhalten, dass der QEMO zwar die Peripherie nachbildet, aber dass er dann aber nicht die einzelnen CPU-Befehle in Software nachbildet, sondern das nämlich an Xen weitergibt. Das heißt, sobald Xen feststellt, es kann etwas in Habe nicht emulieren, stoße jetzt in QEMO an, dann muss der weitermachen. Beispiel, wenn ein Gast auf den Parallelboard zugreift, dann sagt Xen, ja, ich habe noch einen echten Parallelboard, was soll ich damit? Dann schoße ich den QEMO an, dann weiß der QEMO, ja, wir haben noch konfiguriert, es gibt einen virtuellen Drucker, ich mache mal. Und dann kann der Gast drucken. Das heißt aber auch, sobald man rausfliegt aus der Hardware-Virtualisierung und reingeht in QEMO, wird es langsam. Wenn man virtuelle Maschinen performance testen will, dann schaut man immer, wie oft fällt man raus aus der Hardware-Virtualisierung. Das heißt, wie im Enter und wie im Exit, dann schaut man, wie viel Prozent der Zeit habe ich im Enter-State, also laufe ich auf der Hardware und wie oft falle ich raus. Wenn man es hat, eine virtuelle Maschine mit Xen ohne Parallel-Virtualisierung, dann sieht man, okay, der QEMO hat richtig viel zu tun. Weil er muss ständig Lebsachkarten nachbilden, virtuelle Gastekarten, virtuelle Festplatten und dergleichen. Dann ähnlich zu Xen gibt es den KWM, das ist die Kernel-Mode-Virtualisierung. Ich hätte es am Haaresbreite gesagt, der Nachfolger von Xen, aber dann bringen wir die Xen-Fanboys um. Ein Nachteil von Xen, wo man sich stundenlang darüber streiten kann, ist folgender, der Xen-Micro-Kernel ist ja im Grunde ein Betriebssystem, der läuft auf der Hardware. Das heißt, man muss unter Umständen immer wieder dafür Treiber schreiben oder Treiber rückportieren von Linux und dergleichen. Das heißt, man hat eine mehr oder minder doppelte Codebase. Und da auch Xen hat dann selbst den Scheduler implementiert und dergleichen. Da hat man eben viele Dinge dupliziert und neue Probleme, die man eigentlich schon gelöst hat. Und dann war die Idee, ja, wir könnten doch den Hypervisor direkt in den Linux-Kernel hineinstecken. Weil der Kernel hat jetzt alles. Der Linux-Kernel läuft auf jedem beliebten Stück Hardware. Es hat einen Scheduler, es hat was man halt so braucht. Und wir können ja dann im Modus einführen, dass das virtuelle Aschinen laufen wie Prozesse. Und dann, wie gehabt, die Beriferie lassen wir wieder den guten alten QEMO machen. Ja, und es gibt jetzt auch neben dem QEMO noch ein anderes Tool, das heißt KWM-Tool. Wenn man mal googelt zum Thema Security von Xen und KWM, da findet man relativ viele Bugs und üble Security-Bugs, die sind meistens aber im QEMO begraben. Zum Beispiel, was war vor einem guten Jahr, war ein schlimmer Bug. Und zwar, die QEMO-Leute haben gedacht, ja, wir bilden nachher eine komplette Festplatte, auch mit dem Smart-Protokoll. Dass auch im Gast diese Smart-Tools gehen. Was für keinen Sinn macht, weil warum soll der Gast den Virtuellen State der Festplatte abrufen? Aber die virtuelle Festplatte von QEMO konnte halt Smart. Das war ein Smart-Montat, aber natürlich war halt im Smart-Protokoll ein klitzekleiner Bug, dass dann der Gast mit Hilfe von kompromittierten Smart-Befehlen im QEMO-Code ausführen konnte. Nicht so lässig. Und dann war eben die Idee, ja, wir können nochmal anfangen, diesen QEMO auszumisten. Und das war die Geburtsstunde vom KWM-Tool. Man schreibt ein minimales Tool, was gerade an gerade die Hardware emulieren kann oder die Peripherie emulieren kann, die wir brauchen für KWM und Linux als Gast. Und das KWM-Tool ist wirklich sehr klein, hat nur ein paar Tausendzeiten Code und ist zum Lesen sehr viel feiner als der QEMO. Weil einfach die Codebasis ist neuer und viel strukturierter und weniger bloater, sag ich mal. Großer Unterschied von KWM zu Xen. KWM ausschließlich Hardware-Virtualisierung. Das heißt, es läuft nur auf Prozessoren, wo der Prozessor Hardware-Virtualisierung kann. Zum Beispiel bei Intel, VATD und VATX. Bei AMD, SMV oder SMX, vergessen. Weil Xen hat auch einen Modus, dass er virtualisieren kann, wenn der Prozessor gar nicht kann. Das machen sie so, wie es früher gemacht hat, die VMware Workstation mit einem Maschinen-Monitor. Das heißt, der Xen-Kernl lässt den Gast so weit machen, wie er nur will und wartet auf einen Trap vom Host-Kernl. Zum Beispiel, wenn der Gast sämtliche Interrupts zudreht, dann bekommt er mit und sagt, Interrupts zudrehen am Host lieber nicht. Das muss ich jetzt besser emulieren. Und das geht auch noch sehr gut. Sehr viele Instanzen auf Amazon laufen noch mit diesem Modus. Die haben zu leider noch Pentium-4-Hosts, weil die sagen, sie fahren nicht harder, bis sie verreckt. Und dann haben die auch noch Xen. Aber das sind jetzt Details. Ich nehme, glaube ich, wenig Zeit. Hier eben auf den Punkt. KVM hat weniger Overhead als Xen. Ja, kann man auch schon streiten. Die Implementierung ist viel einfacher und wenn man sich anschaut, welche Technologie moderne Hypervisor verwenden. Zum Beispiel eben FreeBSD, Behype oder Microsoft Hyper-V, die haben alle das KVM-Modell. Die riesen User von Xen sind aktuell nach Amazon und Citrix. Und es ist sehr wissenschaftlich wegen Micro-Cournel und so. Und man sagt halt immer, der Linux-Cournel ist so groß, er hat so viele Bugs, da muss man den Hypervisor eher nicht reinstecken. Ich bin da eher pragmatisch und sage, KVM geht einfach, das nervt nicht. Dann einen Exoten, der aber sehr, sehr spannend ist. Und zwar das Jailhouse. Das wurde von Siemens implementiert. Ist leider nicht Mainline, aber Open Source. Gibt es alles auf GitHub. Eben sehr, sehr ähnlich zu KVM. Da sind auch die Virtual-Maschinen-Prozesse. Aber es herrscht eine strikte Partitionierung. Also kein Oberkommit. Weiß jeder, was Oberkommit heißt? Nein. Oberkommit heißt. Angenommen, wir schauen uns jetzt mal meinen Laptop an. Mein Laptop hat drinnen einen Prozessor mit vier Kerben. Das heißt, ich kann vier Programme parallel ausführen. Wenn ich aber bei mir in Linux die Prozessliste ansehe, dann sehe ich da laufend mehrere hundert Prozesse. Das heißt, Linux macht Oberkommit. Das heißt, ich starte mal wesentlich mehr Prozesse, wie ich überhaupt bedienen kann. Das KVM wird es schon errichten. Und so ist es auch mit der Speicherverwaltung. Wenn ich Speicher anfordere, dann gibt Linux mal zu. Ja, Speichertaste haben. Und baut darauf, den verwende ich eh nicht. Und so ist es auch bei KVM. Bei KVM kann ich sagen, ihr schadet jetzt zehn virtuelle Maschinen. Gebt in jedem zehn Gigabyte Speicher. Und das Kettler nimmt dich halt rein nach dran und geht schon irgendwie. Bei Jailhouse ist es nicht so. Bei Jailhouse heißt es, du hast vier Prozessoren. Du kannst maximal drei VMs booten. Du brauchst einen vierten Prozessor für dich selbst für Housekeeping. Zwar so viel MkV RAM. Schön aufteilen. Man kann sogar die einzelnen Busse aufteilen. Also den PCI-Bus aufteilen. Der hat folgende Use Case. Man will kaum Oberheit haben. Und uns dagegen beten sie. Das hat Siemens entwickelt, damit sie nämlich auf moderner Hardware, auf basis Linux, ihre selbstgebauten Echtzeitbetriebssysteme virtuosieren können. Also Realtime OS. Also Deutschland dann der Use Case. Der Gast ist ein Realtime OS. Und man sagt, der hat fix einen Prozessor, fix ein Stück Hardware und den dürfen wir niemals unterbrechen. Der muss einfach gehen. Darum eben Partitionierung und eben kein Oberkommit. Gibt es also Fragen? Wunderbar. Nun mein Lieblingsthema. Docker. Eine Shared-Kernel-Virtualisierung. Vor allem bei einem normalen Computer fährt der Kernel hoch, startet den ersten Prozess. Und dieser erste Prozess unter Unix war das Init. Wie man sieht, da startet dann der Reihe noch die ganze Prozess-Hierarchie, die man also braucht, den X-Server und dergleichen. Und hat halt seinen User-Space auf dem Kernel. Und die Idee bei der Share-Kernel ist, okay, ich könnte doch mehrere User-Space-Instanzen starten, die voneinander mehr oder weniger etwas mitbekommen. Das heisst, ich habe einen Kernel, vor meiner Distribution mehrere Instanzen. Und ich kann im Grunde machen, was ich will, außer ich kann den Kernel nicht updaten, weil der Kernel ist die gemeinsame Ressource. Das hat einen Vorteil, man hat sehr, sehr wenig Overhead, im Grunde kaum Overhead. Aber der Grad desolation ist geringer. Also zum Beispiel, wenn man eine Winzigkeit falsch macht beim Konfigurieren von seinem Docker, oder wie man es halt nennt, dann kann es sein, dass ein Gast startet dann extrem viele Prozesse mit extrem viel Speicherverbrauch, die dann den CPUs-Katalog im gemeinsamen Kernel so sehr belasten, dass die restlichen Container verhungern. Oder bei jedem winzigen Bug im Kernel kann ich jeden einzelnen Container hacken. Das ist ja nicht das Riesenproblem. Und der Use-Case von Container, oder es gibt eigentlich zwei Use-Cases von Container. Nummer eins, Massen-Hosting. Wenn du für deine virtuelle Maschine nur 3,20 Euro im Monat, dann weisst du, du hast hier einen Container-Hoster. Oder eben, wenn ich sagen will, ich will virtuelle Maschinen extrem schnell hochfahren, was eigentlich der Use-Case wäre von Docker, wenn ich sehe, in meiner Cloud steigt die Last an, dann starte ich extrem schnell neue Frontends, weil ich muss ja nur ein paar Prozesse starten. Bei einer virtuellen Maschine muss ich die virtuelle Maschine starten, dann startet der QEMO, dann der Gas-Körner läuft hoch, die Gas-Tistro macht keinen Spaß. Bei einem Container sage ich einfach nur, mein Nginx, zack, läuft. Das geht dann binnen weniger Millisekunden. Leider werden den Container aktuell sehr missbraucht. Der Use-Case ist eigentlich, der Container muss stateless sein. Also, im Container darf kein State sein. Also, das Schlimmste ist, was man tun kann, man schaute hier seinen Container in Debian und fängt dann darin an, Debian-Pakete nachinstallieren und Konfig-Piles zu bearbeiten. Weil der Container muss stateless sein. Weil sonst sind die ganzen tollen Container-Systeme komplett für den Fuß. Weil da muss ich immer meinen Container brücksichern, backupen. Im Grunde ist der Use-Case, ich habe den Container irgendwo definiert, baue ihn und deploye ihn. Wenn ich ihn nicht brauche, brauche ich ihn weg. Und davon halt sehr, sehr, sehr viele. Nur ist es so, bei Docker ist das Tooling sehr toll. Und da bleiben die Leute vor allem Docker wegen dem Tooling. Du kannst eine virtuelle Maschine schön beschreiben und kopieren und starten. Aber dasselbe geht auch mit KWM. Es gibt zum Beispiel von Intel ein cooles Tool, das heisst Intel Clear Containers. Also hat mit Containern nichts zu tun, hat aber ein Interface wie Docker, macht aber alles mit KWM. Noch ein riesen Nachteil bei dem Shared Kernel ist, bei jedem Kernel Update muss ich alle Container rebooten. Das ist ein riesen Problem für Massenhoster. Die haben da pro Stück Hardware mehr als 10.000 Container laufen und wenn die bei jedem Kernel Update rebooten müssen, oder müssten, sie tun sie eh nicht, dann schwierig. Da haben wir ja auch im Linux Support für Live-Badging, dass man den Kernel zur Laufzeit batchen kann. Geht zwar aktuell nur bei Red Hat und SUSE und die Massenhoster machen es halt irgendwie. Bitte? Heißt du gar nicht? Nein, 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 doch. Es gibt jetzt zum Beispiel die Lösung von Oracle, das Case Plays, das verwenden sie zum Teil oder machen sie einfach selbst. Weil im Grunde ist das Batchen nicht so schwierig, du musst nur den Kernel kurz anhalten und im Speicherer die Textsektion anpassen. Das bekommt man schon hin mit mäßigem Aufwand. Sie soll eher, das Problem ist, das Management die ganzen Mikro-Badge, weil du hast dann einen Kernel, der läuft dann mit drei Jahren Updime und du hast dann seit drei Jahren im Speicherraum gefriemelt. What could go wrong? Ah, für einen Euro im Monat ist das schon okay. Ja, nein. Für uns ein Kunde ist ein Massenhoster, ich kenne da ein paar Horror-Stories. Für Euro ist das immer noch okay. Batchen. Nein, wie gesagt, Container sind sehr cool, ich liebe sie, aber sie werden extrem oft missbraucht und für Dinge, wo sie überhaupt keinen Sinn machen. Ah ja, das hat man zuerst jetzt schon sagen. Share-Kernel-Implementierungen. Das Konzept ist ja eigentlich uralt. Free-PC kann das seit 10 Jahren, 15 Jahren, Daniel? Free-PC-Jails oder auch Solaris in Solaris-Zonen. Oder eben auch als Batch für Linux, der Linux-V-Server. Kommen die zum Großteil von jemand aus Österreich? Und dann eben jetzt die Linux-Nux-Container, weil man sich dann überlegt hat, ja, das mit Linux-V-Server ist alles schön und gut, aber ein bisschen eingehacken. Wir hätten das gerne mal Mainline. Und dann hat man dann vor drei, drei Jahren begonnen, ein neues Konzept zu entwickeln für Shared-Kernel-Virtualisierung im Kernel, eben die Container. Und auch auf dem Docker oder unter Ubuntu-LXD. Geht auch mit LibWirt oder wie sie alle heißen, oder Sandstorm.io. Gibt es da Shared-Kernel noch irgendwelche Fragen, Anregungen? Was jetzt mal so fehlt, ist die Lösung Virtuoso. Die wird auch sehr viel von Host-Zone verwendet. Aber ich habe hier bewusst auf den Folien nur Software aufgeführt, die frei ist. Naja, gibt es noch Fragen? Das war fast zu schnell. Alles klar. Bitte. Ist diese Updates, Kernel-Updates oder überhaupt System-Updates, wie macht man das denn in echt? Also die Frage war, wie macht man diese Live-Kernel-Updates in echt? Seit einem Jahr ist im Kernel ein neues Subsystem vorhanden für Live-Batching. Da kann man dann generell sagen, hey lieber Kernel, ich habe hier ein Binary-Delta. Das bitte du es dir anwenden. Und da hat der Kernel auch intern eine Liste, wie viele Patchen man hat. Und das große Problem ist eigentlich, wie erfälle ich dieses Binary-Delta. Wenn der Kernel-Batch nur eine Sache von drei Zeilen umdrehen, dann macht man einfach ein zweites Kernel-Bild, macht dann ein Binary-Delta und fertig. Das riesige Problem ist, wenn der Kernel-Batch Datenstrukturen ändert, dann muss man nämlich im Laufe der Kernel die bereits existierenden Datenstrukturen anpassen. Dann wird es richtig schwierig. Und da ist gerade Red Hat dabei und Suse am Tooling, die haben beide unterschiedliche Tools, aber nehmen wir her im Kernel der selben Basis. Ich habe mal gesprochen mit den Leuten von Suse, die haben oder wollen alle ihre Tools veröffentlichen. Also kann man da auch herunterladen. Wobei man kann auch die Lösung herunterladen von Oracle, das Case-Fly. Ich weiß. Aber das Problem ist, dass nicht wirklich das Bauen und das Applied bleiben. Das Problem ist mehr, man muss diesen Batch genau previewen und entscheiden, kann ich das live badgen. Also ich weiß, Oracle hat ein Team von mindestens 15 Leuten, die machen nur Live-Badge. Die sitzen nur da und schauen sich den Batch an. Wie muss ich jetzt diesen Batch umschreiben, damit mit einer Case-Fly. Ein weiterer Teil der Ausspruch, das auch geht. Darf ich da was fragen? Ja, bitte. KVM, wenn man mehrere KVM-Maschinen hat, zum Beispiel 100, wie machst du das, dass du da die Updates überall reinsetzt? Tut man da jede einzelne Updaten? Also die Frage war, wenn ich viele KVM-Essenzen habe, wie halte ich die aktuell? Ist es im Grunde genauso, als ob du 100 echte Kisten rumstellen hättest, dann kannst du anfangen mit Bupet, mit Cluster, SSH, was dir am liebsten ist. Ich weiß eben von vielen großen Firmen, die machen ihre Wegwerf-Virtual-Maschinen, die sagen, die haben einen Bauplan von einer Maschine, bauen die und deployen die. Und wenn sie eine Updates fahren müssen, runterlöschen neue Maschinen, deployen. Weil die sagen auch, die Maschine muss stateless sein. Da habe ich nur vorne mein Front-Appet mit PHP, aber die Michael-Datenbank ist weiter hinten irgendwo. Das kommt auf dein Model an, aber wenn du 100 WM hast, dann hast du schon richtig zu tun. Da dann empfiehlt sich auf jeden Fall diese alte Distro-Farben, also keinen Distro-Dschungel betreiben, vielleicht auch einen Distro machen, deren Updates in der Regel gut gehen, also keine Basel-Distro. Ein großes Feature von einer Vollvirtualisierung, aber auch Virtualisierung von Send, ist ja auch Live-Migration von der Form. Ist dann relevant, wenn du halt ein State irgendwie behalten musst? Bei Containern geht das aber nicht, weil man eingepackt und rauskommt, dass die kein State haben sollte. Dass man so wegschmeißt eher. Du hast einen großen Container quasi, den ich auf einen Ort verschieben muss. Also die Frage war eben Live-Migration bei Containern. Das ist sehr schwierig, weil bei Live-Migration von einer KWM-VM oder Xen-VM habe ich es ja einfach, ich habe einen relativ geringen State von der Hardware. Ich halte die Maschine an, mache einen Dump von dem Hauptspeicher, kopiere das Hitsch immer schon rüber zum Hauptspeicher und schaue das wieder. Bei Shared-Körnel habe ich ja meinen gesamten Prozessbaum, das heißt, ich müsste alle Prozesse anhalten, jeden einzelnen Prozess snapshotten, rüber kopieren und starten. Das geht, das machen ja auch die Massen-Hoster, weil die wirklich schauen, dass sie nämlich auf ihrer echten Hardware die Last verteilen. Da gibt es eine Lösung, die heißt Checkpoint Restore in U-Space, also CRIU, das kommt von Parallels, haben sie entwickelt für virtuoso und das geht erschreckend gut. Die gehen vor allem her und halten jeden Prozess an mit P-Trace, kopieren dann mit P-Trace den Speicher raus, vorkommen dann am nächsten Haus einen neuen Prozess und patchen dann herum im Körnel, halt im Speicher, bis das rauskommt, was vorher war. Und die haben auch im Körnel so einfach ein neues Systemkreis eingeführt, um zum Beispiel bestehende PCB-Sockets wieder herzustellen können. Weil virtuoso hatte nämlich bereits im Körnel, also Live-Migration von Prozessen im Körnel, da meint man die Körnel-Entwickler, nö, das wollen sie nicht im Körnel haben, no way. Und die haben dann gesagt, ja, mach doch mal im User-Space und wenn ihr ein neues Interface braucht, dann kommt wieder. Und ja. Aber eben das Tool ist auch Open-Source, kann man runterladen, CRIU.org. Sonst noch Fragen? Wir hatten noch ganz große Zeit. Sonst sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch Fragen habt, ich bin eh bis abends hier. Wartfragen, danke. Vielen Dank.